So, willkommen zur Fortsetzung von FreeDoom 25, also FreeDoom jetzt Level 25, je nachdem wie lange die Folge jetzt wird, werde ich dann zwei Folgen für den Tag aufnehmen oder nur eine, aber mal schauen, ich weiß jetzt vielleicht, solange wie die letzte Zeit die Folgen insgesamt überhaupt geworden sind, werde ich wohl wahrscheinlich in diesem Eintagesrhythmus bleiben, also dass es halt nur eine Folge, wo wir einmal am Tag kommen und mein Test, beziehungsweise mein Klonfolge, den Eintagesrhythmus am Tag kommen, weil ich sie immer nur auf eine halbe Stunde belasse, ähm, das war's, Blum, heute aber das mit, FreeDoom, da, das müsste es sein, da spielt sie gar schon mit Release-Kamilie, das ist sehr schön, okay, ja, doch, kennt es richtig, klingt soweit richtig, okay, aber langsam kommt die Sonne raus, von daher setzt man wieder die Kammerwette ein bisschen höher, so, immer die, diese Leute, die mit Flashlight anspeichern, äh, okay, äh, hallo, abgebockt, ne, äh, weiß, was, hier spielen wir aber normal, ne, ja genau, normal, nicht weil ihr zum Taktical Mode heißt, also ihr müsst euch wieder mehrmals schießen, damit der Gegner stirbt, wie lästig, ähm, bitte nicht, okay, okay, ich kriege jetzt wieder wieder Kiste, hallo, ich bin hoch, ich mach ihn, ey, ähm, muss ich was drücken? nein, oh oh, uah, ja klar, okay, also hier geht's schon mal nicht weiter, Hilfe, und fuck, boah, alter, keine, hallo, hallo, kommt noch so lange, jetzt mach doch mal, hallo, 3, 2, 1, bumm, ähm, hallo, aufgang, ach, wow, ach, ich bin nur mit Weitunerwelle, so, wo war ist der Schalter hier, kann ich ja nicht einfach hier so mit der Hand schlagen, ah, kein Züger, ha, ausgetrickst, ihr Deppen, fuck, äh, gibt's doch gar nicht, meine Fresse, diese Stufen hier, Alter, die hängen einem so immer auf, ach so, wow, Alter, die Verstoßen hier, ich hab mir hier schon hart auf den Sack, Klappe, die sind ja hier nicht in Erinnerung, Feierabendjahr, äh, danke, so, die question ist, da geht's weiter, auch wenn es nicht sehr gemütlich war, ne, okay, war doch der andere Teil, als ich dachte, okay, ah, scheiß Licht hier, aus mit dir, verbraucht mir zu viele FPS, oder, oder, aus, dass, Wie bitte? Der muss jetzt noch anwischen. Oh oh. Oh. Hey, vielleicht kriege ich das so erledigt. Fuck. Wow. Ernsthaft jetzt. Mann ey. Was ist los mit den Leuten? Wow! Ha! Easy! Oh oh! Ich will nicht mehr, tschüss! Ich versteh so weit nicht. So, zuallererst kommst du rein. Oh! Oh! Du bist so weit? Nein. Wollte ich den Quark hat nicht, aber egal. Nee, geht gar nichts. Außer Munition und ein paar Geister. Klappe. So, also kommen jetzt die hier dran. Und jetzt noch die Revenants. Easy. Okay. Boah. Nach der Aufnahme mache ich definitiv die Fenster auf. Mal, wenn ich erst die Sonne rauskomme. Wie langsam warm wurde. Ah! Ah, das ist ein Gitter. Da geht es uns schon mal auch wieder weiter. Ja. Ähm. Und die Schuhe bei mir nennt. Gut, muss ich jetzt da lang oder was? Ja. Wow! Oh! Haha! Oh Gott, das klingt so geil! Ich will mehr davon, bitte mehr davon. Äh, erstmal wieder speichern. Erstmal Licht ausschalten. Speichern. Oh Gott, Alter. Also das mit diesen Bildern überall, das sieht schon echt geil aus. Was soll ja gemein, diese Atmosphäre hier. Sieht schon alles recht cool aus. Auch wenn mit langsam die Sonne echt auch gerade auf den Sack geht. Ja, so geht es auch gleich viel besser. Okay. Gut. Äh, was sollen wir hier? Was müssen wir hier? Was müssen wir hier machen? Fragezeichen. Ach, da ist ein Schalter. Hä, manchmal. Ne, jetzt kannst du nicht. Ach, hier gibt's noch mehr Schalter. Wollt grad sagen, weil wir können ja gar nicht rauf, weil eben... Wir wollen ja, du kannst ja gar nicht springen. Ah! Äh, okay. Ja. So was hier, hättet ihr mal bei alten Grafikkarten machen, das sind so ganz alte Grafikkarten. Also ich meine jetzt so Voodoo Grafikkarten oder die ersten ATI Grafikkarten. Da gab's bei solchen Grenzwerten, wie ich hier gerade erstelle, gab's immer richtig geile Grafik-Bugs. Aber heutzutage schaffte sie die Grafikkarte mit links. Okay. Relativ viel Trotz mit Munition. Wir werden also auch die mal benutzen. Na. Grün auf grünet mal scheiße auf. Also sie sieht die scheiße aus, aber hier, hier, da schon, erkennt man nicht. So, wir tun darüber gehen. Ach da. Oh oh oh. Oh oh oh, what the fuck. What the fuck? du hast ja okay und wieder rein kommst du durch? ja, wir kommen durch. na komm, hab hier nicht ewig Zeit. meine mamie hat kuchen gebacken ja aber vor allem wir sehen hier durch auch nicht und wenn wir jetzt dahin rennen kann sein dass der gegner kommt uns erst mal hier schon grill genau das meinte ich. ah, da kommt der nächste. ja komm, mindestens zwei müssen noch da, wenn ich da fünf stücke zählen und drei haben wir umgebracht ich stehe die ganze zeit aufs gesicht, wo es jetzt hier aussieht. ich sag's doch. ich genau so was ich meinte. na komm. hä, aber wenn er da ist, warum kommt der denn nicht raus? hä? das macht keinen sinn. ist jetzt einer oder nicht? ne, hier ist keiner. oh, da ist ja genau einer. fuck you. i hate you. so hast du davon. okay, wir haben... ja, doch können wir machen. gut, die gehen wir mal hier runter. Digga, ach ja, die kommen mal hier rauf. scheiße. wow. was habe ich jetzt da aufgesammelt? you got the pump action shotgun. oh man. ach so. und dann geht nichts. ähm. was? äh, okay. hä, war das hier nicht katholfen? oder bin ich jetzt am zugemacht? oder was? was ist denn hier los? ah, okay. die ist also normalerweise gar nicht so offen, sondern dieses nette Herr Viech hat sie aufgemacht. da kommt alles schon wieder runter. wow, intelligent kurz.. intelligent kurz jetzt? einer ich hasse dich. intelligent kurz jetzt einer Schwanz. wir machen ja. endlich zu viel. Ah doch, wollte gerade sein. Ich dachte schon, ich habe noch keinen Autoshotgang. So, ein bisschen Hinde machen hier, ein bisschen nachhelfen hier. Ich habe diesen Selbstmord gefährdeten Selbstmörder. Mann, warum war das in der Pinky? Das hat so gut geklappt. Ach, wow, deswegen. Ich hasse fallen. Dann lachen wir jetzt. Na gut, war nicht verständet. Okay. Oh, Nozi. Nice. Oh. Ey, man sieht es hier richtig. Ich weiß nicht, ob ihr es auch erkennt, aber... Müsst du mal noch voller Auflösung spielen und dann mit dem Kammer hochdrehen oder sowas. Oder allgemein in die Umgebung gucken. Man sieht hier richtig, die durchstrichen, dass halt dieses Bild aus vier Einzelbilder zusammen gesetzt ist. Und halt normalerweise würde das halt... Bei Vanilla Doom würde das dann halt... so hier aussehen und dann würde man es halt nicht erkennen, dass es mehrere Einzelbilder sind. Weil das sowieso alles pikselig ist, ne? Aber... Dadurch, dass halt dieses Filtering halt nur bis zu den Texturkanten geht, erkennt man hier halt die Kanten weiterhin, für die Texturen glatt sind. Und daran erkennt man halt hier die Kanten, bis wohin was geht. Aaaaaaaaaaaaaah! Du Scheiter! Wollt ihr mich ficken? Geht das Ding auf? Nein, geht natürlich nicht auf! Hab ich also gerade schon selber verarscht. Da sind noch mehr?! Die stahlen sich erst mal gegenseitig. Ach ne dran, Imp! Auah, wie soll ich da neben geschossen? Mann, ich versteh das nicht. Geht drauf! Haha! Woah! Alter! Ich will doch nur die an die Waffenrand rum! Oh! Leck mich! Okay! W-w-w-was geht um auf und zu? Oh mein Gott! Hä? Ach, hinter mir wohl noch! Oh, leck mich doch am Arsch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich liebe dich! Was? Ah komm runter! Ach! Du, runter komm! Oh, Alter! Mach mal wieder... Hey, hier, wie... Nochmal! So, was muss ich jetzt machen, damit der Letzte zufrieden ist? Oh, ich den Wind. Danke schön. Oh Gott, Alter. Klappt ja jetzt. Oh. Oh. Ah. Ich kann mich nicht mehr mit dem A. Ich habe die Spiegel. da hat er kommt ja schon mann alter wo jetzt kommt an was ist denn hier los pro schuss vielleicht noch 10 punkte oder was ab ich hab keine bock mehr jetzt wochen wir hin leute wow happy fire jetzt kommt doch mal jetzt ist doch nicht mehr normal hier warum ziehe ich die mit dem doppel schuss gerade mal 120 punkte ab das ist ja jetzt hier gerade falsch haben die ein update installiert oder was antramus war zackig hier jetzt sagt ich hatte die ganze zeit nur mit nur mit einem schuss geladen das wäre fast so schön um wahr zu sein ja ich hatte wahrscheinlich die ganze zeit nur mit einem schuss geladen das ist ja echt wird ja echt mal schöner hier oh mann ey da komm ich verrufen kriegst du denn ne macke äh das war dumm nicht verbrot aber zu viel munition ne 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 ich mach das lieber klassisch mit der shotgun hallo wo hängen wir wow das war ja einfach bei jeder einfach wirklich bei jeder scheiße eng bleiben meine fresse ja warum ist er da in dem ding drin ne äh ok da komm ich nicht lang da komm ich auch nicht lang ach kann man auch machen interessant alle weg innen ja auf ja 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 Take patient Was ist das hier? Was ist das hier? Ich hab mich nicht getroffen. Okay. 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 Sie sieht mir selber nicht. Achso, ne, da kommt man nicht weiter. Hä, man muss weiter... Ach man, ey, man muss ja nie bitte. Man muss also weiter hier in die Richtung. Aber hier ist doch gar nichts, wo man weiterkommt. Ne. Hier ist nichts. Kann man hier wieder zurück? Muss man ja, ne? Ah, man kommt wieder zurück. Okay, gut. Gut, was wäre denn der nächste Schritt? Der nächste Posten-Phase. Ach ja, hier geht es auch noch runter. Okay. Ach, man kommt hier vorbei. Wow. Aber hier kommt man nicht mehr vorbei. Gut. Gut. Da ist ja... Verquartierter hält dich hoch 20. Hallo? Hallo? Nein! Na gut. Ach, wahrscheinlich hier die Dinger. Ja. So wie es aussieht, ja. Jawoll. Aha. Ja, gut. Interessant. Hm. Nein, du da ist. Ich hab's dir gesagt, Junge. Ich hab's dir gesagt. Du kommst schon wieder. Ist das echt ein Revenant drin, ne? Äh, Quatsch, nicht Revenant, sondern hier, äh, 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 sag schon. Nein. Arschweil, Arschweil, genau, Arschweil. Wenn ja, von wo kommt der? Ist doch alles zu. Ah, scheit'n aber auch. Mann, ist doch Bullshit. Muss ich hier, muss ich hier schon wieder auf 20 Arte Sachen achten. Fuck, scheiß Rauchschwade. Sie ist ja gar nichts mehr. Das war zu früh. So, von irgendwo kam jetzt. Ah, ach, der hat die 3 teleportiert. Das ist ja interessant. Ah, super. So, jetzt wieder hier die Sonne. Nett'n ja Gesangsverein. Na, komm. Habt's doch gehört. Oh. Okay, da hat's, da wird's jetzt nicht wie hin. Lass mich in Ruhe. Wow. Ja, Mann, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Oh, was war der jetzt? Also, da so. Das ist doch Bullshit. Ich hätte die 3 erstmal nach unten locken, müssen wir uns der hinten irgendwo umbringen können, damit er, äh, müssen, damit er die nicht mal wiederbelegen kann. Okay, kommt hier. Kommt da, ab mit euch. Denn mir liebt er die halt wieder. Ist mir's auch egal. Abtrappern. Och nein, der ist bitte nicht direkt mitten im Weg. Oh Gott, muss ich darauf auch wieder aufpassen, wenn ich das Ding hier nicht aufnehme. Ansonsten gibt's Ärger mit der Mutti. So, wer hat er sich alles wiederbelebt? Gar kein? Ist ja fast so schön, ob er wach zu sein. Okay. Folge Nummer 1, wo geht der Teleport hin? Ah. Oh, oh. Ich bin, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich, ich bin doch, ich bin doch, ich hab mich, also ich schieße dir noch Mutti. Dankeschön. Fuck you, fuck you. Mann, das war voll wissenschaftlich visiert. Das klappt nicht. Warum kann das nicht? Na, warte, kann man doch die Schalter von oben drücken. Verfickter Scheiße. Geht doch. Meine Fresse, ja. Äh. Ja, hab ich. Na, kommt mal her. Gibt es nur Mädels. Äh, ach so. Ja gut, okay. Oder auch nicht. Also, das muss ich wieder da hin, und da irgendwie zu dem, blauen Schalter zu kommen, wo auch immer der ist. Ah, nee, ich muss ja hier weiter. Äh. Wo ist jetzt überhaupt hin? Ach du Scheiße. Ja, klar, will ich mal alle wieder. What the fuck? Ach du Scheiße, ich bin nicht fixiert. Ach du Scheiße, nee. Ich dachte, ich passe wunderbar, rechst du dran vorbei. Aber nein. Das ist das Taurspiel. So, war es für dieses Spiel, wenn ich jetzt erst hin und rechts drücke? Hm. Okay, also, kann ich mir so schießen? Ja, ich kann durchschießen. Sehr schön. Ah, nee, so wie gesagt nicht. So schießen wir jetzt in den Körper ab. Okay, also, ich muss ja zweimal schießen. Ding ist halt runter, als ich dachte. Das war jetzt dumm. Ich muss definitiv hier sitzen bleiben. Oh, Alter, ist das hin. Oh, Alter, ist das hin. So, jetzt wird hier aber witzig. Ähm, ja, das hat das mal nicht. Alter, ich werde den Umweg wohl gehen müssen. Also, ich gehe so lang und dann einmal auf und rum. Ach ja, geht er nicht. Da ist er zu. Fuck. Ja, gut. Dann, ähm... Äh, ja, dann muss ich ja quasi hier lang. Scheiße. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Wieso soll das jetzt für das schon funktionieren? Äh... Klappt auch nicht. Also, wir wissen es nicht so, wie ich es jetzt gehofft hatte. Äh, drück doch mal hier. Mann, die falsche Taste. Klar, Ronny. Klar, Ronny. Ey, ich laufe immer genau zwischen so einem Kackfahl und der Wahnsinn. So, dass ich auch gar nicht mehr ausweichen kann. Das ist, ey... Äh, wow. Das war zu spät. Das war zu früh. Das war nicht gut. Oh, Mann, Leute. Gut, ich mache es anders. Ich versuche erst mal nur dir hier an uns zu... Lucky. Das passt auch nicht. Mann, das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Oh, nein. Oh, nein. Mann, jetzt geht mal. Ich mache hier genau richtig. Geht doch. Feiert jetzt hier. So, muss ich irgendwas nachhören? Okay. Gut. Oh, da ist sogar so ein Ding. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich hier auch... Ah ja, doch, jetzt kann ich raus. Halt. Erst mal ein bisschen Boni mitnehmen. So, jetzt bin ich wieder hier. Kannst du hier was? Ne, ja. Ich werde mal jetzt hier mal ein bisschen was verbrauchen. Haben wir auch ein bisschen was. Ach ja. Der rote Skull. Ich guu. Oh, mit dem roten Skull war da hinten, die vorne was. Ah, was denn? Oh, mit dem roten Skull. 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 Kannst du noch mal sterben? Danke. Alter, das hast du verbraucht. Hoffentlich gibt es mir eine Gerste-Rück-Garantie. So, wo muss ich jetzt hin? Gelb, aber Geld. Ich sag, ich muss da hin. Ja, eben, das ist doch was. Ich muss also da hinten hin. Die Frage ist nur wie. Da war doch zu, oder? Ja, da ist zu. Muss ich auf was drücken? Aber ich komme hier nicht rein. Da drückt geht also auch nichts. Hier ist auch nichts. Sag mal. Was muss ich denn jetzt machen? Ich, Ronny Barkman, gestehe feierlich. Ich bin etwas verwirrt. Da geht es uns vorhin. Ah, nee, da oben. Da sind die, da oben, die Dinger. Na ja, ich habe doch ein paar Sachen übersehen. So, in der Mitte vom Bildschirm. Also, ihr geht jetzt in der Mitte vom Bildschirm, ist doch ein Secret. Da war das bei diesen beiden Dinger, wo wir die ganzen Pikis umgebracht haben. Da oben, das geht wahrscheinlich nichts vorhin, das ist einfach nur so, 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 design-technisch. So, hier sind doch weiße Türen, da geht es also tatsächlich noch irgendwo weiter. Äh, ich komme noch mal dahin. Hier geht es doch eigentlich noch weiter. Oder auch nicht. Äh, das ist doch nicht. Äh, ich habe eine dumme Idee, ich weiß. Wow. Wie komme ich da zu dem Bildschirm Ding hin? Also, hier habe ich auf jeden Fall was Rotes bekommen. Es kann also sein, dass ich einfach was Rotes suchen muss. Äh, wir haben was Rotes und was Blaues. Gut, ich gehe am besten erst mal zum Ziel hin, vielleicht gibt es da noch was. Ach ja, stimmt, ja, hier gab es auch noch einen Gang. Eben, hier gab es auch noch einen Gang, den ich auch noch ablaufen muss. Ja, ja, okay, zu meiner Rechten, da. Da war ja auch noch ein Gang. Oh Gott. Das Level zeigt auch schon wieder, ja, schon Zeit. Also, also definitiv nur ein Level. Leute. Ach ja, da war was. Nein, nein, warum tut ihr da alles? Okay, ich denke alle. Ja, das war dann wieder Powered by Fuck My Life. Mann, das war voll in dem Bildschirm. Könnt ihr euch jetzt mal bitte Geertsbüben bringen? Gut. Klappt nicht. Doch, klappt nicht relativ gut. Meine Presse. Alter, wie würdest du das erzählen? Du kriegst doch kein Geld zurück. Okay. Gut, hier ist nichts weiter. Wo war bloß die Falle? Warum schießen die sofort? Oh Gott. Arschlischer. Ganz sachte. Oh oh, ich höre, wer nennt's. Oh ja, das ist ein Knopf. Okay, komm ich hier raus? Äh, ich komm raus. Sehr schön. Ja, genau das hab ich befürchtet. Was? Hat der schon wieder nur mit einer Kugel geladen, oder was? Ja. Boah, alter Mann. Roddy, was tust du hier eigentlich für eine Scheiße? Okay. Geht doch. So muss das sein. So, hier ist noch die Kaku, die wir abwarten. Ja, komm Kakodima, ich hab dich doch gesehen. Ha, vollidiot. Ein Noob, ein Stars, alter. Ein Noob, okay. Die Tür geht nicht auf. Ich hoffe, das ist nicht doch eine Falle in der Falle. Äh, okay. Hä? Ja gut, das ist jetzt nicht so witzig aus, wenn das hier nur alle zweimal mitblinkt. Okay, was auch immer das jetzt für einen Effekt auslösen soll. Bei dem gewählten Betrachter. Oh mein Gott. Das Look and Feel hier erinnert mich an das Preview von Leck mit am Arsch. Äh, an das Preview von, 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 äh, Doomstickil. Worauf ich mich schon echt hart freue. Ich hoffe, es kommt endlich mal raus. Hello. Da komm, Mädel Ups Untergefallen Wow Oh Mann Hä, ich kriege Wow Was ist das Scheiße, Alter Ich hasse sowas wie die Pest Kommt her Nein Okay Da gibt's gerade eine Kanalisationsverstopfung bald Äh, und ich weiß jetzt schon das gesamte Ding, das Dreck ist Also giftig ist Hä, sag mal ich mal Wie können wir denn an die gelbe Karte ran Muss ich irgendwas klicken Ähm, äh, 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 ja hallo, äh, ja hallo, äh, ja hallo, äh, ich würde gerne klicken Äh, klick dich doch mal Hä, hallo, äh, hallo, äh, hallo, 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 da bin ich froh, hä, bin ich jetzt bescheuert? Ich brauche die Frage nicht beantworten, ich kenne ja zu bereits Oh, also ich habe schon mal ein Secret, äh, Secret Combat Armor Ah, ah, nol, nein, das gefällt mir Ist aber nicht das, was ich suche Sondern ich suche die Möglichkeit, den Schalter runterzubekommen Na gut, ich gehe jetzt mal in die Tür, da ist auch noch eine Tür Äh, äh, und das war auch die Tür, die wir ganz am Anfang probiert hatten Ah, ja, 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 ja So, was jetzt ist die Funny-Frage, äh, where is the key? Oh, the button Ich verstehe noch nicht so ganz Mit was wir jetzt dieses gelbe, also den, den, was auch immer, wo der gelbe Key da drauf liegt, äh, runterbewegen können Ich sehe hier auch noch nicht, wo wir noch nicht waren Da hinten ist irgendwie was blaues, so dürfen wir Teleporter dann von dem Secret oder für den Secret Ja, ansonsten, äh, wahnwärte ich bereits überall Ich denke, ich denke, da hinten ist noch was Hä? Achso, ja, genau, das war das, wo wir krass waren Genau, da kommen wir ja nicht weiter, erstmal Das ist verrückt Fuck, das hört man auch Äh, nein, halt da Okay, hier fehlt mal nichts Hier ist auch nichts Hier ist mal scheiße oder was Hä? Achso, ja, wow Wow Jetzt muss ich sagen Ah, gut Gut, dann gehen wir hier wieder raus Hier bringt uns scheinbar erstmal nichts vor, ja Gibt es hier irgendwie was? Ne, ne, auch nicht Alter, gibt es da gar nicht Gut, ich versuche es mal da Äh, vielleicht können wir ja, wenn wir die Dinger umlegen Mit den Dinger, die wir bereits haben Irgendwas sinnvolles drücken Ähm So was ist jetzt nicht geplant Schade, geht nicht Wäre auch so schön gewesen Gut, also das Blutus auch hier erstmal nicht weiter voran Obwohl, halt Wenn da Schalter sind Da kann es natürlich auch sein Dass die Schalter nicht nur die Hier irgendwas öffnen Sondern auch Partikel zu eröffnen Wieso haust du nicht so gut da? Man, wie kann man überall hängen bleiben Ich wünschte, ich hätte vorne, hinten und in der Mitte oben So, jetzt geht es zu So, jetzt geht es zu Fuck you Fucking idiot I will eat your fucking babies So Jetzt können wir mal gucken, ob sich jetzt ein paar Secrets geöffnet haben So zumindest meine Theorie Nein, wir müssen noch da Ich verstehe das nicht Gut, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier unten Ach, muss ich ja wieder nach hier Hä, nee, zu hier So, das war dann Hier und da müssen wir jetzt in eine andere Richtung Hier, wow Das hat sich ja mal nicht geöffnet Das geht doch gar nicht Wir haben auch gerade mal eins von fünf Secrets Oh Gott, die Secrets Die, die Secrets dicht ist also nicht wieder hoch Haben wir noch irgendwas, was wir drücken können? Nee, ne? Ne, ne? Böhm, komm aufs Enkel Paulder, dein Moment mal kurz, ist es doch da, wo wir herkommen? Ist doch... Hä, lege ich nicht raus? Hier? Hä, wo wir denn da hin? Okay, ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo ihr was lang geht. Ach doch, hier. Das war's. Hier muss ich runter, jetzt muss ich hier rüber. So, und... Hier soll ich sowas gekippen haben? Oh, wow. Ich sehe hier nichts. Aha. Fuck. Okay. Go, damit hätten wir schon mal das Secret, das ist aber nicht das, was ich suche. Sondern ich suche irgendwie, wo ein Schalter ist. Warte mal ganz kurz, hinten ist was. Äh... Da hinten soll irgendwie was sein. Hier so, da soll irgendwie was sein. Bin ich jetzt bescheuert. Fly. Fly me forever. Muss ich von hier so weitergehen, oder? Hier jetzt, äh... Ich verstehe das nicht. Viel zum Fick, bekommen wir die gelbe Karte runter. Ah, hier ist definitiv noch Betrieb. Hier geht definitiv irgendwo die Post ab. Ich muss nur herausfinden, wo genau das ist. Nichts. Hier geht's nicht drauf, das ist wirklich mal. Ach, ich will. Eher geht's nicht auf, was ich weiß nicht? Wir müssen jetzt gucken und laufen. Oh, Alter. Man kann es einem aber auch echt unmittelbar machen hier. Ach so, das Ding mal. Also hier wird auf jeden Fall noch irgendwas von verheimlicht. So, hier geht es auch noch weiter, ne? Ja, stimmt, hier geht es auch noch irgendwo lang. Ah! Arschloch. Och nee, ernsthaft jetzt? Oh, Alter. Wow. Fuck you. Hä? Gibt's doch gar nicht. Wo war ich denn jetzt? Ach man. Okay. So sind wir wirklich. Boah, Alter, jetzt werde ich mich noch weiter fahren. Oh man. Den gibt's doch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo war ich jetzt grad? Hier, genau. Oh man. Oh man. Okay. Oh, wo war das jetzt? Was für eine Tymorität hier bitte auch? Ah! Wow. Okay. Also nicht, was uns gebracht hat, aber wir können zumindest noch ein Sequel. Na gut, also Sequel haben wir jetzt ein bisschen fast alle. Aber ich hab immer noch keinen Plan, wie der gelbe Schalter runtergeht. Äh, der gelbe Schalter runtergeht. Äh, der gelbe Schalter runtergeht. Kann man nicht. Oh man. So. Okay. Ich hab noch ein paar Gegner. So. 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 jetzt wieder nach da jetzt nach links jetzt wieder nach links erst mal gucken was ich überhaupt nicht so noch habe das sieht doch relativ gut aus dann werde ich jetzt vielleicht auch mal das war das hier war alles keine sequels sondern dass das muss ich hier alles finden und ich überhaupt weiterkomme so ist die katron ja wow sag ich doch auch leute er ist jetzt weiter das mit dem ist das schon oh oh die ruft jetzt ist nichts Und wie ist das weiter? Leck mich. Fett am Sack. Oh man Leute, das ist hier schon wieder... äh, das war schon wieder ein Level-Energottes, ja. Da kann ich nur sagen, ich freue mich schon auf nächster Level. Ha! Leckomio. Schon mit...